Hans-Peter Hallwachs ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher. Leben Hans-Peter Hallwachs, Sohn eines Tierarztes, besuchte von 1959 bis 1961 die Schauspielschule, der Kreis, in Berlin. Sein Bühnendebüt gab er als Pater in Max Frischs Andorra. Es folgten Engagements unter anderem im Theater am Goetheplatz in Bremen, Stuttgart, an den Münchner Kammerspielen, am Bayerischen Staatsschauspiel, am Thalia-Theater Hamburg, bei den Salzburger Festspielen sowie am Schauspielhaus Graz. Seit Ende der 1960er Jahre machte er sich zudem einen Namen als profilierter Charakterdarsteller in Film und Fernsehen. Hallwachs spielte U.A. in Volker Schlöndorffs Drama Mord und Totschlag, in Der Stoff aus dem die Träume sind, in der Erich Kästner Verfilmung Fabian, in Hans-Christoph Blumenbergs Drama Der Sommer des Samurai, im Ostwestdrama Vaterland, in Bernhard Sinkels Mehrteiler Hemingway, in Margarete von Trotters Kriegsdrama Rosenstraße, in Peter Schamones Porträt Kaspar David Friedrich Grenzen der Zeit, und in Komödien wie Didi auf vollen Touren, Otto, der Außerfriesische und Raumschiffse Preis Periode 1. Außerdem gab er zahlreiche Gastauftritte in Fernsehserien und Reihen wie Derrick, Tartort, Der große Bellheim, Medicopter 117 Jedes Leben zählt, Wolfs Revier, Edel und Stark und der Alte. Wiederkehrende Rollen spielte er in den Krimiserien Der Bulle von Tölz, Der Mann ohne Schatten und Mord mit Aussicht. Darüber hinaus wirkte Hallwachs bei zahlreichen Hörspielproduktionen mit. Im Jahr 1973 sprach er eine der beiden Hauptrollen in dem weltweit ersten 3D-Kunstkopf-Hörspiel Der Militian. Weitere Hörspielrollen waren der Privatdetektiv John Dalmas in den Raymond Chandler-Hörspielen Bay City Blues und Die Tote im See, Kaiser Augustus in Houston Gardas Weihnachtsgeheimnis, der skrupellose Geschäftsmann-Talk HVID in Fräulein Smillas Gespür für Schnee, einer der Erzähler in Walter Adlers aufwendig inszenierter Adaption von Ted Williams' Otherland, Sartorius in Stanislav Lems' Solaris und Aragon in Bernd Laus' Hörspiel-Adaption Der Herr der Ringe. Außerdem synchronisierte Hallwachs unter anderem Alan Rickman und Paul Schenner und las die deutschsprachige Hörbuchversion von Paul aus Das Moon Palace. Bei den Burgfestspielen Jagsthausen spielte er 1991 die Rolle des Götz von Berlichingen in Goethes gleichnamigen Drama. Am Schauspielhaus Graz übernahm Hallwachs 2011 die Rolle des Albert Einstein in der Uraufführung von Geister in Prinzten, einem Theaterstück von Daniel Kehlmann. Bei den Salzburger Festspielen spielte er von 2013 bis 2016 in der Inszenierung von Hugo von Hofmannsdals jedermann den Glauben.